Wie ist das für euch schon öfters passiert? Also euch ist das wahrscheinlich schon öfters passiert oder mindestens einmal, wo ihr auf euer Handy guckt und durch die Stadt läuft und eine Person aus Versehen anrempelt oder gegen irgend so ein Schild läuft. Das tut weh und kann auch peinlich sein. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir bauen eine Hülle, die einen davor warnt, dass man irgendwo gegenläuft. Das Problem, auf das wir dann gestoßen sind, war dann halt, wenn man durch die Stadt läuft mit seinem Handy, das ist dann halt nicht gerade empfehlenswert und zwar ist jetzt nicht meine Folie, ich weiß nicht, wer das hätte machen sollen, aber genau, da war noch keine Folie da. Genau und dann zur Software. Ich habe mir gedacht, ich mache das so, beziehungsweise wir machen das so, dass wir das über eine Ultraschallauswertung machen. Es wird über diesen einen Pin, wird ein kurzer Impuls gesendet, wodurch eine Ultraschallwelle losgesendet wird. Daraufhin wird gewartet, bis das Signal zurückkommt und dadurch kann ausgerechnet werden, wie weit entfernt das Hindernis ist. In unserer Handyhülle ist eigentlich nur das drin, also wir haben erstens ein Lithium-Ion-Akku-Pack drin, um den Arduino Nano dort mit Strom zu versorgen. Das Praktische daran ist, dass wir dann gleich unser Handy auch noch aufladen können und so eine kleine Akkuerweiterung haben. Ja, der Arduino, der wertet einfach nur die Daten von dem Ultraschallsensor aus und schaltet dann eine LED an oder aus. Genau, jetzt können wir das Ganze mal vorführen, es müsste laufen. Und wenn jetzt halt etwas zu dicht davor kommt, wenn man zum Beispiel in der Hand hält, dann leuchtet die LED und man wird aufmerksam, dass etwas vor einem müssen, wenn man ausweichen sollte. Derzeit ist es zwar noch ein bisschen klobig, da halt auch der Sensor sehr groß ist. Das kann man dann in späteren, verbesserten Versionen sicherlich kleiner hinbekommen. Man kann das wahrscheinlich auch noch mit mehreren Sensoren, was man auch noch seitliche Abstrahlungen hat, dass man dann direkt erkennt, wohin muss ich denn ausweichen, nach links oder nach rechts und somit gar nicht mehr nach vorne gucken muss und komplett nur auf sein Handy gucken kann. Und das Gute daran ist ja, dass es eine Hülle ist, es ist auch plattformunabhängig. Also man kann derzeit alle Handys, die in etwa so eine Größe haben, reinlegen oder halt ein anderes Gehäuse, Laserkarten, 3D drucken und dann iPhones, Android-Geräte, Windows-Home-Geräte einfach reinlegen und das Ganze benutzen. Wenn wir noch genug Zeit haben, könnte man noch einmal ganz kurz die Hülle aufmachen. Okay, die Zeit ist nicht mehr da, dann. Oder? Ja, man kann noch ganz kurz die Schaltung da drin zeigen, die Technik, die da drin verbaut ist. Genau, und so sieht es da drin einfach aus. So, fertig. Vielen Dank.